Wenn Mensch und künstliche Intelligenz zusammen musizieren und von poetischen Bildwelten begleitet werden, entsteht ein mitreissendes Erlebnis. Das zeigt das neue Programm Sounding Letters im runderneuerten Deep Space 8K im Arselektronica Center in Linz. Es basiert auf dem Musikkompositionssystem Rijarkar von Ali Nikrang, Künstler und Forscher im Arselektronica Future Lab. Rijarkar hat die Initialen von Arselektronica Center und Future Lab als musikalische Noten interpretiert. In Kooperation zwischen Mensch und KI entstand daraus die Komposition Sounding Letters. In Deep Space Evolution erleben sie virtuell und in 3D eine Aufführung dieses Musikstücks von Ali Nikrang an einem selbst spielenden Bösendorfer Klavier. In Echtzeit berechnete Visuals von Florian Berger reagieren auf die Töne der Komposition und verschmelzen mit dem stereoskopischen Video von Raphael Schaumburg-Lippe zu einer einzigartigen Erfahrung.